so was müssen wir machen erstmal licht machen hier so okay wir haben wir haben ja das problem wir müssen hier zu dock ok wir gehen dann mal hinterher ok jetzt sind wir da jetzt sagen wir denen erstmal dass wir das teil haben haben wir das überhaupt schon gesagt ich glaube nicht und dann müssen wir uns um den schwert meister kümmern ist ja nur alles nix goldfinder ok das haben wir gefunden danke auch für stehlen so jetzt müssen wir gucken jetzt müssen wir den schwert meister finden und zwar da müssen wir den alten verfolgen ich hab das schon mal in einer folge glaube ich versucht hier und jetzt muss ich nur mal gucken der geht ja immer weg der geht ja immer weg und wenn er immer weg geht dann müssen wir ihn verfolgen wir müssen ihn verfolgen ok mal gucken was er jetzt zu dem plakat sagt jetzt my little plunder bunny mein kleines mause zähnchen das ist herrlich das ist einfach toll mein kleines mause zähnchen ist aber ungeschossen ach hier finde ich den doch gar nicht warum renne ich denn jetzt hier hin ich muss nochmal zurück ich muss ah ich muss ins dorf doch ich muss doch ins dorf ich dorf trottel ich muss ins dorf ich dorf trottel passt ist aber nicht displekierlich gemeint zu allen die im dorf wohnen aber das ist ein geflügeltes wort man muss ja ja auch auf tierschützer haben wir auch aufgepasst ne also passen wir auch auf dorf wohnen auf also dass sich keiner angesprochen fühlt wir gehen mal zur voodoo tante vielleicht finden wir hier was hat sich da was verändert oh 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 okay Hallo? Ich glaube, niemand ist hier. Sieht in einem spookierigen Art. Ich denke, ich höre ein Schlitterer. Hier kann ich nichts machen. Ich habe die Hühner genommen. Ah, die Hühner habe ich genommen. Ah, guck mal, da ist noch eine Truhe. Nein, danke. Ich würde mich nicht bemerken. Wahrscheinlich hat er ein Körper drin. Wahrscheinlich hat er ein Körper drin. Lass uns mal sehen. Es gibt eine Karte von Batschläten. Eine Karte, die sagt Assorted-Skale. Ein Schaker full of Monkey-Flakes. Und einige Kattenknuckles. Kattenknuckles? Wie barbarisch! Nein, danke. Ich würde mich nicht bemerken. Okay, hier sind noch Hühner. Schöne Hühner. Ja, ich finde hier sonst nichts. Hier kann ich nur... Hey, ich bin zurück und ich bin bereit, mehr über die Zukunft zu wissen. Ich glaube, niemand ist hier. Tja. Kann man hier noch irgendwas liegen, was wir übersehen haben? Nö, alles gut. Udo-Nippes. Eh, nein, danke. Ich kann nie in wunderschönen Pläten schlafen. Tja, anscheinend kann ich nichts machen hier mehr. Gehen wir mal wieder raus. Auf jeden Fall habe ich schon mal die Hühner mitgenommen. zu folgen. Weil ich denke, der fühlt mich zum Schwertmeister. Ich habe meine Augen auf dich, Junge. Steil nichts und ich verbreche deine Leger. Was willst du? Ich schaue den Schwertmeister von Melee Island. Du, du beginnst mich wirklich weg. Ich bin gleich zurück. Ich kann nicht glauben, dass ich das wieder mache. So, bis hierhin funktioniert das ja alles noch wunderbar. Hm. Das ist ja doof gemacht, ne. Da geht der Mann. Da oben geht der Mann hinterher. Unauffällig folgen, bitte. Ich habe den doch eben noch gesehen. Das ist ja wieder weg. So doof. 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 Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ring bell for service. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Es verschwindet immer. Ich muss sogar rumgehen, ob der da hingeht. Ah, da ist er. Hm. Zum ersten Mal, dass ich ihn verfolgen kann. Meine Güte, wo will der denn hin? Es geht endlich weiter, Leute. Ah, ich bin mein Schwertmeister. Ja, ich bin wieder hier und eavesdrop. Hallo wieder, Carla. Ja? Ich dachte, ich sagte, dass du dich verletzt hast. Ja, ich bin hier für Business. Dieser Kind kommt in meine Store, see? Face es, du krusty old lech. Du hättest keine Entschuldigung, dass du hier rauskriegst und mich verletzt hast. Ja, ich glaube so. Wir werden es rauskriegen. Ich bin zufrieden. Geh ein Haufen und nicht hier wieder rauskriegen. Naja, jemand könnte dich folgen und dann werde ich eine andere Melee Island Tourist Attraction werden. Hey, es ist dein Geist, Baby. Ja, genau. Jetzt schrauben sie. So. Ja, Leute. Das war ja eine lange Geburt. Das war ja nicht. Wie schreitst du dich? Das war ja nicht. Das war ja nicht. Das war ja nicht. Das war ja nicht. Ich muss dich zu sprechen. Ich versuchze dich zu dir. Das ist das. Jeder, der kommt hier, ist bereit, zu kämpfen. Lass uns ehrlich sein. Du bist hier, um dich zu prüfen zu den Piraten-Leadern, in der Hoffnung zu sein, dass sie so immoral als sie sind. Ja. Nailed es richtig auf der Kopf. Gee, du bist smart. Ich kann sagen, mit der sarcastischen Ausstellung auf deinem Gesicht, dass du vollständig trainiert wurde von Captain Smirk. Lass uns das mitmachen. Jetzt weiß ich, was blöde und dumm sind wirklich. So, liebe Freunde. Genau hier machen wir Schluss. Und da geht es in der nächsten Folge weiter. Das war ja ein riesen Fechtgemüsel hier. Ich habe das ja kaum geschafft und ich wusste auch gar nicht wie. Aber ich werde folgendes machen. Ich werde die Antworten und Dings nochmal. Ne, werde ich gar nicht. Ihr wisst das sicherlich gibt bestimmt genug Hilfen, aber ich wollte da unbedingt alleine durchgeben. Und deshalb sage ich mal Bye Bye an dieser Stelle und schönen Dank fürs Zuschauen. Und freut euch auf die nächste Folge, wenn es wieder mal heißt, wir lernen das Fechten. Jetzt ist es nämlich der Gegner hier, die Tante Carla. Und dann würde ich mich freuen über ein Abo, ein Like und Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis denn, euer Abo. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020